Willkommen zurück zu Tales of Crises. Nach ungefähr einem halben Jahr kann es nun endlich weitergehen. Diese sehr lange Pause hatte verschiedene Gründe, so viel sag ich mal. Zum einen hatte ich Probleme mit den PS3-Aufnahmen. Wie ihr wissen müsst, sind PS3-Aufnahmen relativ anstrengend. Aus dem ganz einfachen Grund, dass sie, ja wie sag ich das jetzt, bei der PS4 zum Beispiel kann man ganz normal halt aufnehmen, einfach mit einem ganz normalen HDMI-Kabel. Aber bei der PS3 ist das Ding, dass die halt jetzt blockiert und deswegen braucht man dann einen HDMI-Splitter. Und der war halt bei mir kaputt und deswegen brauchte ich zum einen erst mal einen neuen. Und zum anderen, ja muss ich sagen, hatte ich auch so ein bisschen nicht mehr unbedingt allzu viel Lust auf das Spiel. Weil es nicht heißt, dass ich das Spiel nicht mag oder was weiß ich, sondern bei mir hatte ich so ein bisschen die Angst aufgetan, in dem Spiel irgendwas zu verpassen. Und das hat mir so ein bisschen die Lust an dem Spiel vermisst. Das klingt jetzt vielleicht komplett dumm, ehrlich gesagt, aber es ist halt so. Wenn ihr euch fragt, was ich hier eigentlich mache, ich habe mich offscreen so ein bisschen auf den Part vorbereitet. Und zwar hier auf der alten Kraylandstraße können wir an den weißen Dammelpunkt, nenne ich die jetzt mal, eventuell ein Item finden, was ich haben möchte. Und zwar eine von den magischen Kartas. Ich habe das Offscreen nachgeprüft und ich habe es auch einmal hingekriegt, dass ich die bekommen habe, aber halt nicht gespeichert, weil ich das nicht aufgenommen habe. Das heißt, die ist definitiv hier. Weil wir wollen logischerweise auch möglichst alle magischen Kartas haben, alle Sidequests und das abschließen. Deswegen will ich mich hier schön umgucken, dass wir die auch alle bekommen, sage ich mal. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier meinen Schnitt und ich schneide euch wieder rein, wenn ich die besagte Karte habe. Ich habe mich auch vor dem Part ein bisschen ins Kampfsystem wieder eingekämpft, weil, ja, ich habe ja jetzt sehr lange nicht mehr gespielt. Und deswegen muss ich das demnach auch nochmal üben, weil das ist halt wirklich, das Kampfsystem in dem Spiel ist ja mega cool. Aber wenn man eben eine Zeit lang nicht gespielt hat, dann, ja, ist das relativ doof und man verlernt das so ein bisschen. Deswegen habe ich dann also ein bisschen Offscreen geübt, um wieder halbwegs reinzukommen. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Parts dann auch. Gut, ja, jetzt mache ich hier wirklich meinen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich besagte Karte bekomme. Also, bis gleich. Oh, jetzt bin ich mal in den Kampf reingerannt. Da kann ich ja direkt mal wieder ein bisschen euch zeigen, dass ich es noch halbwegs drauf habe. Ich habe leider absolut keinen Plan mehr, welche Art ich alles so ausgerüstet habe. Da muss ich, wow, nachher mal drüber gucken, auf jeden Fall. Ähm, dass ich da nochmal ein bisschen Ordnung reinbringe. Wie ich jetzt auch gerade wieder witzig ist, ich bin jetzt hier 10.000 Mal geführt hin und her gelaufen auf der Suche an dieser Karte. Ist auch vielleicht nicht der beste Part-Einstieg gewesen, aber ich dachte mir jetzt so, ja, ich habe die Offscreen relativ schnell gefunden. Deswegen würde es jetzt hier auch so schnell gehen. Ja, Pustekuchen. Ich laufe jetzt seit ein paar Minuten hin und her, in der Hoffnung, ich finde die endlich mal. Aber irgendwie halt nicht. Wenn das jetzt gleich nichts wird, dann machen wir alles was anderes. Es war vielleicht wirklich ein dummer Part-Einstieg, direkt mit so einer dämlichen magischen Karte anzufangen. Aber egal, was soll's. So, ich laufe jetzt noch einmal zusammen mit euch diese Straße ab. Und wenn ich es dann nicht finde, dann verschiebe ich das auch von anders, weil ich habe da jetzt echt keinen Bock mehr drauf, hier lang zu laufen. Ich wünsche mir einfach gerade, dass ich das einfach Offscreen aufgenommen hätte. Warum habe ich das überhaupt Offscreen gemacht vorhin? Ich wollte halt bloß gucken, ob hier wirklich diese Karte vorkommt. Ich habe sie halt gefunden und dann gedacht, okay, komm, dann findest du die Part auch so schnell und dann musst du das nicht... Dann musst du das, ja, einfach mal schnell machen und gut ist, aber Pustekuchen. Ich laufe jetzt seit zwölf Minuten rum und finde einfach nichts. Ja, Mary's Karta. Endlich, ich lebe Dallas. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, worauf ich das beziehe, aber ich weiß noch irgendwas war mit Mary in Tales of Destiny. Irgendwie hat sie sich ihr Gedächtnis verloren gehabt oder sowas in der Art. Da gab es doch auch eine ganz tragische Backstory mit ihr und all sowas. Ich habe Destiny vor Ewigkeiten gespielt, ich bin mir da echt nicht ganz sicher. Egal, so. Jetzt gehen wir nach Barona, weil ich da auch ein paar Sachen vergessen habe, die wir machen könnten. So, Moment. Orientierung, wo bin ich? Ich bin ja unten bei dem Gasthaus, okay. Wie sieht denn da mit den Anfragen aus? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Haben wir da alle gemacht, die gehen? So, äh... Anfragen. Giftfrucht haben wir. Okay, gut. Wie, wie, wie oft habe ich die? Kann man ja irgendwie sehen. Ne, mach einfach. So. Charrierland, Feenkreis, Pascalland, Höllenfalle. Hat sie Feenkreis nicht mehr Land gehabt eigentlich? Ach, keine Ahnung. So, okay, wir haben jedenfalls was geschafft. Sehr schön. Wie sieht es mir denn aus? Okay, alle sind noch dabei, ihren zu meistern. Sehr schön. Hast du noch was Neues irgendwie? Nee. Okay. Aber dann will ich auf meiner Liste die Giftfrucht abhaken. Wo ist denn eine Liste hier? Ähm... Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Okay, die bekommt an meiner Monster besiegt, die Anfrage. Steht hier zumindest auf meiner Liste drauf. Wo ist denn jetzt hier ein Stift? Ich habe keinen Stift hier. Dann habe ich das später, aber ich will es ja noch nicht so viel Zeit verschwenden. Gut. Ähm... Dann... Was machst du hier, liebe Frau? Du siehst so besonders aus irgendwie mit deinem Aussehen. Ich will nicht viel mit dir reden, ne? Äh... Okay. Dann viel Spaß und Strata. Wenn du dann mal in den Urlaub fahren möchtest. Es ist echt schön dort. So. Ähm... Was gab es denn im Muffinladen nochmal? Nichts Gutes, ich weiß, aber... Ich brauche auch ein paar Sachen zum Dualisieren. Nee. Das gibt es denn, was ich brauche. Alles klar. Aber wir müssen ja im Moment... Wir müssen ja auch die ganzen... Stempelkarten abschließen in den ganzen Läden. Deswegen... Eigentlich... Mal so ein bisschen Zeug hier kaufen. Einfach um das zu füllen. Was weiß ich. Hier auch das Essen zum Beispiel. Warum nicht? So, dass wir ein bisschen Geld ausgeben. Fünf Stempel. Sehr schön. Ah, das haben wir erst die 50 Stempelkarte insgesamt. Ach so, okay. Bekommt man auch Zeug, wenn man Sachen verkauft? Weil... Manches habe ich halt Stoppeln. Das brauche ich gar nicht. Wo kann man da auch Stempel? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das war. Hier, das brauche ich nicht. Ich glaube nicht, aber... Mich interessiert das schon mal irgendwie. Aber ich glaube, Moment. Den brauche ich sogar noch mal, glaube ich zumindest. Oh, das habe ich dann im Kopf. Ja, doch, es gibt auch Stempel. Alles klar, cool. Gut zu wissen. Aber da würde ich gar nicht lang... Moment, 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 Moment. Wie ist das hier? Hast du noch irgendwas cooles? Äh, okay, nee, habe ich alles voll, alles klar. Oh, nee. Das kann ich auch einmal kaufen. Oh, was soll ich denn? Wo ich zwei habe? Okay, das ist einfach nur ein Item. Alles klar. So. Dann gehen wir in den Schlossbezirk, bitte. Denn wir haben hier auch noch was, was wir uns angucken möchten. Und zwar, was ich irgendwie hier nie gesehen habe. Hier gibt es eine Entdeckung. Eis am Stiel. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir die schon uns holen können. Das habe ich auch Offscreen gesehen. Ich wollte da kurz hin, um einfach mal zu gucken, ob die irgendwas verkauft oder so. Weil ich das nicht mal genau wusste. Und da habe ich dann plötzlich eine Entdeckung gesehen. Keine Ahnung, wie lange das schon geht. Das ist jedenfalls die Entdeckung Nummer 14, müsste es sein. Oh, ups, falsch. Hier, Eis am Stiel. Ist auch geil. Habe ich... Geht bestimmt schon seit Ewigkeiten, als wir die uns holen. Aber habe ich irgendwie voll verpennt. Gut, hier in dem Haus haben wir noch eine Quest. Erstmal reden wir kurz von den Kindern. Ich will ein Eis. Äh, ich kann dir gerne eins geben. Aber sag, wenn ich zu viel Eis esse, werde ich blind. Stimmt das? Äh, nicht, dass ich wüsste. Auch wenn ihr an einem Ort schon gewesen seid, könnte ein erneuter Besuch eine neue Erkenntnis bringen. Ja, sagt sie, zum Beispiel der Typ da hinten. Wenn ihr etwas nicht gleich tun könnt, klappt das gleich später. Das ist wahr. Hey, im Haus wird nicht gerannt. Oh, ich dachte, er wird eines der Kinder. Entschuldigung. Äh. Sehe ich aus wie der einzelne Kinder. Egal. So, hier haben wir noch eine Quest irgendwie. Allöchen, alter Mann. Was ist das? Was ist denn? Das ist das Bild eines Jungen. Aber ich habe ihn noch nie gesehen. Das Bild war schon hier, als wir eingezogen sind. Es muss man in den früheren Besitzern gehört haben. Kannst du dich an das Spielzeug und die anderen Kindersachen erinnern, die auch noch hier waren? Habt ihr sie nicht weggeworfen? Das Bild habe ich auch bewahrt. Ich dachte, die früheren Besitzer wollen das vielleicht zurück. Darf ich mal sehen? Vielleicht kennt ihr ihn ja. Auf der Rückseite steht Justin. Vielleicht ist das sein Name. Da fällt mir ein, ist nicht kurz nachdem wir eingezogen sind, ein junger Mann hier gewesen? Aber ja, ich glaube. Er sagt, er habe seinen Glücksbringer vergessen. Es ist schon so lange her. Ich weiß leider nicht mehr viel davon. Ich kannte das alte Ehepaar, das früher hier gewohnt hat. War das noch, als du Kadett warst? Ja, sie erzählten mir, ihr Sohn habe sie verlassen. Dann war das wahrscheinlich der Sohn, oder? Wisst ihr, wo er hin wollte? Ja, nicht. Aber er war wie ein Matrose gekleidet. Das weiß ich noch. Stimmt, er sagt, er würde bald ein anderes Sand aufbrechen. Und dann sprach er noch davon, dass die Arbeit wegen des heißen Klimas anstrengend sei. Also irgendwo in Strata. Vielleicht arbeitet er an einem Hafen in Strata. Huch, da bin ich mit dem Gedanken ganz anders und kommen wir noch zu spät zur Arbeit. Nehmt das Bild ruhig mit, wenn es euch interessiert. Ein Hafen in Strata. Vielleicht sollten wir uns umsehen, falls wir die Zeit erübrigen können. Warum interessiert sich das plötzlich? Ich weiß nicht. Ich würde nur gerne mehr über diesen Jungen herausfinden. Warum genau? Anfrageobjekt. Achso, okay, cool. Ja, nehmen wir mit, würde ich sagen. Jetzt ist der Mann sogar wirklich bei der Arbeit. Hier ist nichts. Also aber schade. Und hier? Hier ist nichts. Komm, mach mir zu, Esper, du würdest und ich diese Dings hier auflassen, die ich die Schränke. Okay, ich sage aber nichts Neues oder so. Gut, dann gehen wir mal in Strata gucken, würde ich sagen. Städte. Ja, All Ray erstmal, würde ich sagen. Ist auch krass, dass ich die ganzen Namen noch weiß und sowas nach so vielen Monaten, sage ich mal. Der letzte Part kam ja irgendwann im, ähm, September, was lauere ich. Ja, wir haben jetzt September. Im Februar, meinte ich. So, äh, ja, ich glaube, das war in die falsche Richtung. Sehr gut. Warte mal, war hinten noch irgendwas, was man machen könnte? Moment. Gab es hier noch irgendwen? Sagt dir vielleicht irgendwas? Nee. Okay, ähm. So, ich will ganz, gerne mal ganz kurz. Ähm. Äh, falsch. Städte. Nach Saber Isol. Wobei. Ist ja keine Hafenstadt Saber Isol. Ich gucke trotzdem mal. So, ähm. Das Gasthaus. Nee, das war auf der anderen Seite. Ja, stimmt. Das war auf der anderen Seite. Aber ich glaube kaum, dass wir hier irgendwie was Sinnvolles rausfinden, sage ich mal. Aber trotzdem, würde ich mal gucken. Äh, du warst der komische Kochtypi hier. Bei dir würde ich hin anfragen. Hast du irgendwas für mich, was wir noch machen könnten? Obstmesser. Okay, das braucht eine gemeine Qualität. Wie, 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 wie mache ich das? Keine Ahnung. Okay, das hier ist auch wahrscheinlich irgendeine Quest, schätze ich mal. Rüte, das Licht. Sehr schön. Vielen Dank. Äh. Haben wir jetzt keine Sequenz irgendwie? Das ist einer, der Hafenarbeiter ja dankt oder so. Das finde ich schade. Das ist einfach nur ein Anfrageobjekt. Anfrageobjekt, okay. Oder, Moment. Erstmal konnte ich die Titel ändern. Äh. Was auch immer, die ich jetzt gebe. Was auch immer ich dir jetzt gebe. Deutsch auf jeden Fall. Hören wir das hier. Äh. Malik war noch fertig. Ähm. So, ähm. Bibliothek. Nebenquests. Hier. Aber wir haben das doch gerade abgegeben. Wir haben das doch gerade abgegeben. Hä? Also seltsam. Oder. Hä? Wir haben das Bild doch gerade abgegeben. Das verstehe ich jetzt nicht. Oder war das was? Bäh. War das was anderes, was wir abgegeben haben? Aber nochmal kurz die Anfrage sehen. Ähm. Anfragen. Ja, das haben wir gemacht. Okay. Keine Ahnung, was da jetzt noch gefragt ist von mir. Soll ich die jetzt noch finden, das alte Ehepaar oder so? Hab keine Ahnung. Ähm. So, ich würde ganz gerne mal in die westliche Strata-Wüste. Hier gibt es auch noch eine magische Karte an irgendeinem Ort. Ich laufe die jetzt aber nur einmal ganz kurz durch. Und wenn ich es da nicht finde, dann ist es mir auch egal, ehrlich gesagt. Warum bin ich jetzt hier mitten in der Wüste? Was ist das denn hier nochmal gewesen für komische Statuen? Also eigentlich würde ich den Ort jetzt gar nicht ablaufen, ehrlich gesagt. Wenn das hier so lange dauert wie vorhin. Ne, das war ich mal anders. Das war ich mal anders. Da hab ich keinen Bock drauf. Wir gehen nochmal nach... Oh, Ray, weil ich dann noch mal ganz kurz mit den Hafenleuten reden möchte. Vielleicht sagt er jetzt irgendwer was dazu. Von wegen... Ja, ich hab ein Bild bekommen, endlich. Weil ich so lange vermisst habe oder so. Oder wir finden halt das alte Ehepaar irgendwo. Das war ein altes Ehepaar, was da in der Questbeschreibung steht. Und kein Hafenarbeiter. Ne. Ich war schon lange nicht mehr hier. Die Zeiten sind schlecht, was? Überhört man nichts als üble Geschichten. Hä? Ich hab jetzt in meiner Liste geguckt. Oder bist du gemeint? Ich will mein Leben überdenken. Ich muss es genießen, lange ich noch kann, nicht wahr? Hä? Ich hab jetzt in meiner Liste geguckt. Und da steht, wenn ich die Anfrage abgegeben hab, Dann soll ich mit dem älteren Herr vor dem Gasthaus reden, in Sabe-Isoe. Hä? Warte. Okay, ich bin dumm. Diese Abgabe hat überhaupt nichts mit der Quest zu tun gehabt. Habe ich gerade rausgefunden. Also, ich, 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 ich soll jetzt hier am... Moment. Oh. Moment. Ja, okay. Ich muss jetzt am... Hafen von Juli Börz, ja, ich hab auch keine Ahnung, wo der Hafen hier war, mit irgendeinem alten Mann reden. Also, diese Anfrage hatte scheinbar nichts mit der Quest zu tun. Was gab's nochmal zu kaufen? Okay, Runenzeug. Nichts, was ich brauche. Was hast du hier? Der sieht aus so ein bisschen wie Espel als Kind. Egal. Ja, hier irgendwo der Hafen. Der war doch jetzt hier... Irgendwo links oder rechts. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Einfach mal gucken. Oder? Moment. Hier was anwesend. Okay, alles klar. Oh Gott, ich, ich... Regierungsbezirk. Oder war der Hafen hier irgendwo? Ich weiß es doch nicht mehr. Ist so lange her einfach. Ja, stimmt. Hier, ja, hier drüben, genau. Oder auf der anderen Seite eben. Ich bin mir gerade ganz sicher. Auf jeden Fall auf einer von den beiden Seiten. Hier ist das Nottor. Nee, dann war es auf der anderen Seite. Das ist ja das Problem, wenn man das Spiel so lange nicht mehr spielt. Jetzt tut mir leid. Aber dann müssen wir es heute mal leben. Besttor? Hä? Also das ist wahrscheinlich doch zum Nottor, oder? In meiner Liste steht nördlicher Juli-Birthil-Hafen. Oder im Moment, kann ich mich da hinporten zum nördlichen Juli-Birthil-Hafen? Okay, ich bin dumm. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Okay, mit wem muss ich jetzt hier genau reden? Mit dir? Wahrscheinlich nicht, oder? Mit irgendeinem Mann. Ah, da vorne der. Okay, alles klar. Hallöchen. Hey, ist das nichts? Kann ich euch helfen? Entschuldige, aber stammen eure Eltern zufällig aus Barona? Ja, woher wisst ihr das? Wir haben doch ein Bild von euch gefunden. Habt ihr eure Eltern in letzter Zeit gesehen? Nein, ich wollte sie besuchen, aber jetzt wohnt eine andere Familie in ihrem Haus. Und seitdem war er hier und so. Wisst ihr wohl auch nicht, wo sie hier jetzt sind, was? Selbst wenn ich das wüsste, würde ich sie nicht sehen wollen. Wieso nicht? Weil sie mich in den Stich gelassen haben. Sie hatten bestimmt hier einen guten Grund dafür. Wört mal, ich bin auf das Mitleid von Fremden nicht angewiesen. Warum habt ihr nicht versucht, sie zu suchen, wenn ich fragen darf? Weil... Auch stolz. Erst vermisst man sie, aber dann verwandelt sich die Schmerzen im Wut. Bald hat man das Gefühl, man könnte ihnen nie vergeben. Hubert. Hat er wahrscheinlich auch durchgemacht. Entschuldigt, aber sucht ihr euch immer wildfremde, um sie zu analysieren. Langsam geht mir das nämlich auf die Nerven. Ich glaube kaum, dass... Warte, bitte, bitte streitet euch nicht. Hä? So kenne ich dich gar nicht, Hubert. Soviel ich weiß, hat euer Vater in Saber Isol einen Antrag gestellt. Er wollte euch finden. Mein Vater ist in Saber Isol? Ihr hasst ihn. Ihr wolltet ihm heimzahlen. Ihr wollt wissen, worum er es getan hat. Ähm, könnt ihr bitte einfach die Frage beantworten? Aber dieses Gefühl hält nur an, solange er noch lebt. Wenn er einmal tot ist, werdet ihr schließlich verstehen, wie bedeutungslos alles war. Wovon zum Teufel redet ihr da? Was in der eigenen Geschichte. Ich sage euch, wovon ich rede. Ich sage euch, dass ihr nach Saber Isol fahren solltet. Hubert. Und ich werde es euch lange sagen, bis es in euren sturen Schäden geht. Fahrt zu eurem Vater. Noch heute. Denn wenn er nicht mehr lebt, ist es zu spät. Puh. Ach. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die ganzen Charaktere geredet habe. Hören wir mal, dass das irgendwie so halbwegs passt. So, ähm. Und dann müssen wir jetzt nach Saber Isol und dann mit dem Typen reden. Es tut mir leid. Ich habe irgendwie das voll verpennt. So. Dann gucken wir mal. Hallöchen. Ach, du bist gemeint. Du hast mit meiner Mutter, das ist schlimm. Aber ich konnte immerhin etwas mit meinem Vater reden. Es war zwar schwierig, aber ich bin froh, dass ich es getan habe. Wenn er nicht gewesen wäre, hätte ich ihn nicht besucht. Also hier, das ist für euch. Kohlenstoff-Router. Äh. Okay. Dankeschön dafür. War das jetzt die Quest oder kommt noch was? Nehmen Quests. Ja, jetzt ist die weg. Alles klar. Dann ist jetzt die Frage, was wir als nächstes machen. Hier ist die. Alles klar. Ähm. Ich hatte heute eigentlich noch was vor, aber das können wir jetzt vergessen. Auch mal. Erstmal kannst du ganz kurz meinen Mixer aufladen. So. Dann gehen wir jetzt... Einmal ganz kurz. Wir gucken mal ganz kurz hier. Vielleicht ist jetzt hier eine neue Anfrage aufgeploppt oder so. Kann das sein? Ne, scheinbar nicht. Woher bekomme ich denn eine Pfanne? Egal. Ähm. So. Moment. Wir gehen nach... Äh. Äh. Welanik war das, glaube ich. Und da würde ich auch nochmal ganz kurz was gucken. Erst einmal würde ich kurz die Anfragen nachschauen, ob hier noch irgendwas war. Weil ich weiß es halt nicht mehr genau. Es ist so lange her, dass ich das letzte Mal hier war. Es geht bei dir ab. Äh. Okay. Hallöchen. Anfragen ansehen, bitte. Ach guck mal, wir haben Brot. Sehr schön. Hier, bitte schön. Pasta. Okay, wir haben nicht genug, aber wir könnten das... Doch, mach... Moment. Konnten wir nicht Pasta irgendwo kaufen? Habe ich nicht vorhin Pasta sogar gekauft gehabt? Aber das war das hier Marona? Ah, Moment. Hier, Brot. Anifestetenteig. Man kann sogar hier in der Dings sehen, wo man, äh... Was es hier für... Anfragen gibt. Moment. Warum denn? Weil ich wollte mich jetzt einfach nur ganz normal hinporten. Lade das daran, dass ich im Gasthaus gerade war? Ja, okay. Alles klar. Das ist cool. Das wusste ich gar nicht, dass das so... Bläh. Reden. Dass das so ist. Also, wenn man im Gasthaus ist, kann man sich das anzeigen lassen. Dann gucke ich mal ganz kurz, ob es irgendwo... Ähm, Pastetenteig gibt's rum und ehre. Modell-Chef. Ach ja, perfekt. Direkt ein Creasite. Okay, alles klar. Und hier. Ich brauche nicht das Stahlzeug nicht auch für irgendwas? Irgendwas. War noch da hübsche Fußkette. Kann ich nicht auch irgendwo bekommen? Hab ich nicht sogar schon irgendwie... Keine Ahnung. Wir gucken einfach mal nach, würde ich sagen. Ähm... Creasite. Ja, bitte. Also, der Part heute war noch ein bisschen, ähm, hakelig, sag ich mal. Aber, was soll's. So, wir brauchen bitte ein bisschen Pasta. Äh... Weiß... Ich... Ups, ich hab mich verdrückt. Bin immer ein paar Muscheln mit, würde ich sagen. So. Ich hab nur drei Stempel in der Stadt. Gut. Wo ist denn das Gasthaus? Hier das Gasthaus. Zeig mal ganz kurz her. Hm, 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 hm. Was du vor Anfragen hast. Nee. Ich hoffe, ich kann die noch bekommen, die, äh... Dings, die hübsche Fußkette. Muss ich mal gucken, ob es die irgendwo im Laden halt gibt. Was weiß ich. Aber das ist natürlich mal ganz kurz so ein bisschen. Ah, das hab ich sogar Stahlzeug. Aber das brauchte ich doch für irgendwas. Ah, guck mal, die hübsche Fußkette kann ich in Land kaufen. Das ist doch perfekt. Dann machen wir das mal schnell, würde ich sagen. Der heutige Part will und will nicht enden. Aber halt nur, weil ich hier gerade so viele Sachen rausfinde. Das ist echt cool. Also jetzt macht das Spiel auch gerade wieder voll viel Spaß. Ich hab's ein bisschen vermisst, das immer zu, äh... zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Warte mal, wo war der Laden? Noch mal hier, oder? Genau. Hallöchen. Hm, 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 hm. Einmal eine hübsche Fußkette, bitte. Hab ich die keine ausgerüstet aus Versehen? Ja, hab ich scheinbar. Ups. Ähm, hm, hm, hm. Ich hab keine Ahnung, welche denn der richtige war. Ich gucke mir von alle durch. Ja, das scheint die beste gewesen zu sein. Perfekt. Gut, dann gehen wir jetzt schnell nach Crayleside. Und geben dort die Anfrage ab mit der hübschen Fußkette. Und dann gehen wir noch schnell nach Velanik und geben dort die Anfrage ab mit der, ähm... Ihr wisst schon. Dings. Genau. Mit dem Pasta-Zeug. Und dann haben wir hoffentlich ein bisschen... Was geschafft. Hier, hübsche Fußkette, bitteschön. Oh, sehr schön. Ja, man hat Titelgemeister. Perfekt. Dann kannst du wechseln. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. So. Und ab nach Velanik. Ja, dann könnt ihr jetzt mal trechen, ja, das ist das... B-B-B-B-Reben. Dass das Spiel definitiv jetzt wieder öfters kommen wird. Weil ich hab meinen Spaß am Spiel wiedergefunden. Das ist halt wirklich... Es ist wirklich dumm, weil irgendwie... Hatte ich halt in meinem Kopf diese Angst eingebrannt. Ich könnte irgendwas verpassen an diesem Spiel. Und deswegen hatte ich immer keine Lust mehr weiterzuspielen. Genau das gleiche war auch bei Final Fantasy XII bei der Falle. So. Aber keine Ahnung, wo ich einen Spaten herbekomme hier. Na ja, egal. Wir haben es schon rausfinden. Ich hoffe, ihr erscheint den nächsten Part wieder ein. Es heißt mehr Tales of Crisis. Das war doch heute schon mal ein schöner Einstiegspart wieder. Bis zum nächsten Mal.